Ich habe ein dünnes Buch geschrieben. Die erste Elipzig. 147 Seiten. Da muss man jede einzelne geniessen. Da kann man nicht zu viele lesen, nicht mehr als 10 Seiten. Das mache ich nie. Ja, einfach zu schwer, es wäre schon vorbei. Wie fährst du so ein Buch an? Da fährt es ja schon mal an. Wie steigst du in so ein Buch hinein? Ich sage Ihnen, ich war am Anfang von ersten Sätzen besessen. Zum Beispiel, wenn ich in der Post war und mir einen Brief abgegeben musste. Dort hat sie mittlerweile auch Bücher und neben allem, was man sonst noch kaufen kann. Ich habe immer, wenn ich warten musste, die Bücher aufschlagen. Ich habe immer den ersten Satz gelesen. Ich dachte, ich mache das Tier, ich schreibe das Tier. Ich war wirklich komplett besessen von ersten Sätzen. Ich habe dann entsprechend lange herumstudiert. An meinem ersten Satz. Ich denke, ich lese ihn jetzt einfach mal. Mark Morgan brunzte ins Bett. Nein, Sie können sich nicht vorstellen, wie lange. Und wie viele Nerven. Das war so lange der Akkarte, muss ich jetzt einfach mal lasen. Mark Morgan brunzte ins Bett. Ja, man kann es leider nicht anders sagen. Er selber hatte dieses Wort in den Mund genommen. Kurz vor dem Schlafengehen, als er die Hände faltete, die Augen schloss. Und Gott laut darum bat, es möge nicht mehr geschehen. Er, der seinem Hund Heidi, dem bissigsten Hund der Welt, einmal vor versammelter Klasse die Schnauze aufgehalten und seinen Hals hineingewurstelt hatte. Der Stuntman, der weiter als alle seine Kumpels von der Schaukel juckte. Der mit seinem BMX freihändig und mit den Füssen auf dem Lenker am ersten Schultag um den Dorfbrunnen gezirkelt war. Der Scharfschütze, der mit Strohhalm und matschig gekauten Papierkügelchen jeden Lehrer zwischen die Augen traf. Ausgerechnet Lehrer. Marks hellblaue Superman Pyjama-Buse wurde dunkelblau überschreckt. Noch schlief er. Er träumte, er hätte es gerade noch auf die Toilette geschafft. Er hätte mit der linken den Deckel hochgerissen, mit der rechten die Hose runtergedrückt wie ein Feind zu Boden und sich hastig auf die Schüssel gesetzt. Das ist die erste Seite des Buches. Ich kann Ihnen sagen, ich habe auf dieser ersten Seite schon Sachen eingepflanzt. Die werden erst auf Seite 37 wichtig. Das ist ein Buch, das um Details geht. Um Details so klein wie ein Ameiseli. Details so klein wie ein Ameiseli, die aber nachher eine ganz grosse Geschichte los treten und die auch Veränderungen bringen, die man sich gar nicht vorstellen kann am Anfang. Um das ist es mir gegangen. Darum ist es so ein dünnes Buch. Es ist wirklich sehr komprimiert alles. Sehr komprimiert. Und ich denke, ich möchte Ihnen auch nicht viel mehr lesen über die Hauptperson. Das ist der Marc. Ich kann Ihnen vielleicht noch erzählen, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Und zwar habe ich das Buch geschrieben an verschiedensten Orten. Ich habe keinen fixen Schreibort. Es ist immer mehr gefühlsmässig, wo ich gerade in den Fluss komme. Häufig war ich in der Stadtbibliothek Baden und dort am Feister gesessen. Und habe ihn auf die Strasse gesehen und am Fussgabenstreifen. Und dann ist dort ein Mann, also ein Vater mit seinem kleinen Bub zu laufen gekommen. Und der Vater ein bisschen voraus, am Handy, natürlich etwas am Anschauen. Und sein kleiner Bub hinter ihm, völlig in einer anderen Welt. Er hatte irgendwie einen Feilbogen, er hatte nichts in der Hand, aber irgendwie imaginär einen Feilbogen in der Hand gehabt. Er hat sich durch den Schummel gekämpft. Wer weiss es. Aber man hat gemerkt, er ist komplett in seiner Fantasiewelt. Und man hat ihm zugeschaut. Man wollte wissen, wo ist er, was macht er, was erlebt er für Abenteuer. Und ich habe mir überlegt, als ich diesen Bub gesehen habe, das wäre wahrscheinlich so ein Bub, der könnte genug mitfühlen mit einem Ameisenli, um es zurück zu bringen. Das ist jemand, der eine Welt betreten kann, die uns vielleicht noch verborgen bleibt. Jemand, der so kleine Details sieht wie ein Ameisen. Und diesen Bub habe ich mir vorgestellt. Und den Mark Morgan... Übrigens, Namen sind natürlich enorm wichtig. Oder was für ein Name ist jetzt in deiner Figur. Mark Morgan... Es gibt mehrere Gründe, wieso ich ihn Mark Morgan genannt habe. Einerseits... Tönt es einfach schön. Man kann es auch gut merken. Mark Morgan, das ist wie Mickey Mouse. oder Mireille Mathieu... Marilyn Monroe... oder Mark Morgan... Ja, das ist einer dieser Gründe, die ich ihn so genannt habe. Ja, der Mark ist elf in dieser Geschichte. Die ganze Geschichte spielt an einem einzigen Tag. Kurz... Er ist an einem neuen Ort angekommen mit seinen Eltern. Und fühlt sich noch nicht so zu Hause. Er ist erst angekommen in einer grossen Villa. Sie haben relativ gut viel Geld. Und es ist ihm langweilig. Jetzt an dem Morgen, wo er aufwacht, und Sonntagmorgen, wo er aufwacht und ins Bett gemacht hat, wie es ein paar Mal passiert hat, ist am Anfang hat ihm seine Mutter noch geholfen bei ihm. Mittlerweile hat sie ihm gesagt, du, das kannst du jetzt selber wegmachen. Und das macht er auch. Und dann ist es am 8 Uhr morgens und es ist ihm langweilig. Und er beginnt zu spielen. Und zwar spielt der Pirat. Und er fräst auf seiner Madrasse vom dritten Stock in dieser alten Villa das ganze Steigenhaus drab und spielt Pirat. Um ihn herum tobt, das Meer, und er sieht das alles vor sich. Und unten am Boden... ... sinkt er. Und ich glaube, ich möchte Ihnen vor allem die Figur rund um den Mark vorstellen. Vielleicht mal seine Älteren zum Anfangen. Das Treppengepolter drang bis ins Schlafzimmer der Eltern. Beide hatten die Augen geschlossen. Beide lagen schon lange wach. Es war alles wie gewohnt. Robert und Francesca Morgan drehten sich den Hintern zu. Nirgends berührten sie sich. Er umarmte sein Kopfkissen. Sie hatte die Decke. Das Treppengepolter drang bis ins Schlafzimmer. Das Treppengepolter drang bis ins Schlafzimmer.